ich freue mich auf jeden fall wieder mit euch dabei zu sein und heute möchte ich mal die Gelegenheit benutzen, viele eurer Fragen zu beantworten, also eine Art Ass-The-Punk-Show zu machen, um in der aktuellen wilden, turbulenten Lage vielleicht ein paar Antworten geben zu können, die euch entsprechend betreffen. Ein kurzes Update, was weltpolitisch passiert in den Finanzmärkten. Die Finanzmärkte haben sich ja relativ rasch jetzt wieder erholt. Ein Grund war, dass es gewisse Arten von Friedensverhandlungen gibt. Andererseits, dass China wieder, nachdem der Hang Seng einen absoluten Tiefspunkt erreicht hat, wieder eine lockere Geldpolitik eingefahren hat und gesagt hat, okay, wir wollen wieder mehr Marktwirtschaft, um sicherzustellen, dass eben die Börsen in China nicht kollabieren. Und das ist so mal der wirtschaftliche Start. Also die Börsen sind noch nicht ganz auf Vorkriegsniveau, aber nicht mehr so viel drunter. Auch die Kryptomärkte haben sich wieder erholt. Und der Krieg ist eine Art Stellungskrieg gegangen, wo nicht allzu viel weitergeht. Auf keiner Seite. Die Grausamkeiten nehmen zu. Die Drohungen nehmen natürlich auch zu. Gleichzeitig wird auf verschiedenen Seiten versucht zu verhandeln. Aber es ist leider sehr traurig. Aber ich befürchte, dass das noch eine Zeit lang so gehen wird. Und es besteht natürlich bei so etwas immer wieder die Gefahr, dass so etwas ausartet oder eskaliert. Wie gesagt, einerseits natürlich die Gefahr, dass wenn sich der Wladimir Putin die Enge gedrängt fühlt, dass er vielleicht zu noch härteren Maßnahmen greift, wie auch immer die sein mögen. Oder es zu einem Konflikt mit NATO kommen könnte, weil eben für ihn ist Verlust keine Option. Dann wird er vermutlich gestürzt. So wie der Khrushchev in der Vergangenheit schon gestürzt wurde. Und das heißt, er muss aber entweder aus dem Krieg als Gewinner zumindest nominell hervorgehen oder er wird es nur weiter eskalieren können. Das ist leider die traurige Situation, dass die Barbarei weitergeht. Und die zweite Gefahr ist natürlich, dass die Barbarei und das Kriegsgeschehen auch an anderen Plätzen der Welt Fahrt aufnimmt. Im Mittleren Osten gibt es ja verschiedenste Strömungen, aber das ist sehr komplex zwischen den verschiedenen Ländern. Sei es jetzt, dass in Syrien gewisse Unruhe herrscht, dass sich Syrien auf der anderen Seite den Vereinigten Arabischen Emiraten annähert, die wiederum ein Verbündeter Amerika sind, dass der Iran-Atom-Deal stattfinden soll, der von Amerika gepusht wird, aber der die Verbündeten Israel, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate ärgert. Das heißt, dort ist ein großes Konfliktpotenzial. Auch am Balkan wird wieder gezündelt, vor allem in Bosnien, was ja schon vor 30 Jahren einen oder 25 Jahren einen grausamen Krieg hatte. Und auch in Asien ist natürlich nicht alles so ganz easy. Korea hat einen neuen Präsidenten, der eher Anti-China ist. Und Nordkorea zündelt schon wieder mit Waffen und Atom- oder Raketenabschüssen. Das heißt, die Gefahr, dass irgendetwas zu einer Eskalation kommt, ist leider Gottes gegeben. Derzeit, denn die Finanzmärkte ist jedenfalls so, dass es eine relative Ruheposition ist, eine abwartende Position. Aber auch die Zinserhöhung der Fed um 0,25% hat eigentlich nichts getan, um irgendetwas, die Finanzmärkte von der positiven Entwicklung abzubringen. Und man muss beten und hoffen, dass am Ende die Vernunft einkehrt und dass sich die Verhandlungsparteien auf eine Modalität einigen und vor allem auch die wirklichen Machthaber miteinander sprechen. Und nicht nur Stellvertreter miteinander sprechen, die am Ende doch keine Entscheidungsgewalt haben. Und das Problem ist, was ein Sprichwort sagt, das ist easy to start the war, aber das wäre difficult to end one. Und das ist leider eine sehr, sehr traurige Situation, mit der wir uns vermutlich noch eine Zeit lang auseinandersetzen müssen. Und wo sehr, sehr viel Leid und Tragödien geschehen, herbeigeführt, wenn man durch Geopolitik, die in ihrer Form einfach verachtenswert, brutalst, grausam und ähnliches ist. Und wo eben die handelnden Personen eben nicht daran interessiert sind, offensichtlich eine schnelle Lösung herbeizuführen. So, das ist so, weil die Samariter-Entwicklung ist leider alles andere als positiv. Es hätte noch schlimmer kommen können, aber wie gesagt, wir sind ja erst circa drei Wochen in diesem Konfliktsituation. Eines ist ganz klar, die Welt wird nachher nicht mehr ausschauen wie vorher. So, und jetzt werde ich mal beginnen, eure Fragen zu beantworten. Und ich freue mich, wenn ich viele von eurer Fragen jetzt die nächste halbe Stunde beantworten kann. Welche Aktien besitzt du momentan? Also ich mache immer wieder Ansparpläne auf DAX, Nasdaq, China und so weiter. Und wenn es halt einen großen Traudarm gibt, dann schaue ich, dass ich immer wieder noch etwas zukaufe und sonst mache ich Ansparpläne. Was denkst du über eine Enteignung? Also eine Enteignung würde nur passieren im sogenannten Kriegsfall. Also tatsächlich, sonst glaube ich nicht, dass es eine Enteignung gibt. Aber wenn natürlich das Kriegsrecht ausgerufen wird, gibt es zwei Fälle von Enteignung. Nummer eins, dass der eigene Staat dich enteignet, weil er den Krieg finanzieren muss oder dass dich jemand besetzt und dich enteignet. Das kann mit allen Arten von Vermögenswerten passieren. Also auch mit Firmenanteilen, mit Unternehmensbeteiligungen, mit Aktien, mit Gold, mit Kryptowährungen und natürlich auch mit Immobilien. Was schon sein kann und was befürchtenswert ist, dass die Steuerschraube angezogen wird. Sei es Vermögenssteuern, sei es irgendwelche Immobiliensteuern, die erhöht werden, Grundsteuererhöhung oder allgemeine Immobiliensteuern. Also diese Art von Dingen ist durchaus zu erwarten, weil natürlich die Staaten jetzt ohne die schon seit Corona sehr verschuldet sind, jetzt natürlich noch einmal für Verteidigungsausgaben mehr ausgeben müssen, Rettungspakete für diese von der Energiekrise besonders getroffene Branchen und so weiter. Und ein Teil wird aus der Notenpresse kommen, vermutlich der größere Teil, aber hier ist sicherlich die eine oder andere Bosheit zu erwarten und das vermutlich weltweit. Also das ist nicht in Österreich oder Deutschland jetzt nur auf diese zwei Länder bezogen, weil weltweit, überall auf der Welt, von Australien bis Neuseeland und von USA bis Brasilien und von Vereinigten Arabischen Emiraten bis China wird aufgerüstet. Und das muss auch jemand bezahlen. Krieg führen und aufrüsten ist teuer. Rheinmetall noch kaufen. Ich investiere nicht in Rüstungsaktien. Ich lehne dieses Thema ab. Ich bin, was Krieg betrifft, ein absoluter Pazifist. Es gibt genügend andere Möglichkeiten, wo man Geld verdienen kann. Und ich muss jetzt nicht am Leid der Menschen, an etwas, was per Definition dazu da ist, zu zerstören, wie man jetzt ja live sieht, investieren. Also ich investiere aus ethischen Gründen und aus persönlicher Überzeugung nicht in Waffenfirmen, selbst wenn ich damit Geld verdienen kann. Das zur Info. Also ich bin ein absoluter Pazifist, was das betrifft. Da wäre ich sicherlich im Lager der Grünen. Ich verachte Kommunismus und Linkssozialismus auch dazu, aber ich bin ein absoluter Pazifist. Man kann am Ende nicht über Kriege die Sachen lösen, weil das führt am Ende zu einer schweren Zerstörung und los, los, los. Hat man auch in den vergangenen Kriegen überall gesehen. Es gab keine Gewinner und die meisten Kriege haben eigentlich fast alle ihre Initiatoren gefressen. Das war im Ersten Weltkrieg so, das war im Zweiten Weltkrieg so, das war im Jugoslawienkrieg so. Also es hat immer eigentlich die, die den Krieg angezettelt haben, alle sind am Ende ihre Imperien und ihre Machtposition zerstört worden. Und man kann Dinge auch am Verhandlungsweg lösen und auf diese Art und Weise würde man ein besseres Ergebnis erzielen. Deswegen investiere ich nicht. Passo als billiger Investition. Also billig ist schon lange nicht mehr. In Passo musst du auch auf das Thema Klimawandel, Fluten, Überschwemmungen aufpassen. Das ist in Passo tatsächlich ein recht erhebliches Thema. Also das ist vielleicht meine Meinung zu Passo. Habe vier Tiefgaragenbleibs, 10k Klagenfurt gekauft, eine Makelein findet schon nur Schwermieter, das wundert mich nicht. In Nordzypern würde ich nicht investieren, auch das ist eine politisch extrem instabile Situation. Also ja, am Ende, wie ihr gesehen habt, ist politische Stabilität auch wichtig beim Investieren. Ja, und auch ein vernünftiges Rechtssystem. Und Nordzypern ist von der Mehrheit der Weltgemeinschaft nicht anerkannt. Allein du kannst nicht einmal so einfach dorthin reisen wie ein Flugzeug. Du musst über Istanbul fliegen. Also das ist, ich muss mir nicht unbedingt die Plätze aussuchen, die besonders politisch riskant sind. Kann Putin auch zurückrudern, ohne sein Gesicht zu verlieren? Es geht nicht mehr um Gesicht zu verlieren, es geht seine Macht. Und nein, am Balkan würde ich in Belgrad auch definitiv nichts investieren. Auch das wäre mir zu riskant. Gerade jetzt ist der Balkan durchaus auch ein Pulverfass. Also das ist befriedet, aber man sieht ja schon, dass Serbien viele russische Demonstrationen hat. Die umliegenden Staaten sind teilweise NATO. Aber wenn ich vorsichtig ist, in St. Pölten hat er eine Zimmerwohnung, aber er sagt, es wird sehr viel gebaut. Das stimmt. In St. Pölten ist die Vermietung nicht leicht, auch in Graz nicht. Wohnungen verkaufen in Wien ist jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Immobilie auf den Markt zu werfen, deren Wert sich aktuell verdreifacht hat. Stichwort die Überbewertung Immobilienblase. Die erste Frage ist, was zahlst du als Steuern beim Verkauf? Also es geht ab, ist dein Eigenheim oder zahlst du 30% im US? Oder vielleicht sogar mehr. Die andere Sache ist, dass kurzfristig sehe ich zwar durch die Zinsen und durch die vermehrten Eigenparteiderforderungen von den Banken, die in Österreich und Deutschland der Fall sind, dass die Immobilien etwas unter Druck kommen, aber das sind zwei gegensätzliche Faktoren, die sehr stark sind. Das eine ist die Inflation, wo die Zinsen nicht mithalten. Und das andere Thema ist, wir kriegen in Europa vielleicht 5 bis 10 Millionen Zuwanderung. Und diese wird nicht prima in Portugal passieren und in Spanien, sondern in Polen, in Tschechien, in Slowakei, in Ungarn, in Deutschland, in Österreich und vielleicht noch in Dänemark und in Schweden. Und wenn mehr Leute herkommen und eine Behausung suchen, wird das positiv kurzfristig für die Immobilienmärkte sein. Das, was negativ sein könnte für die Immobilienmärkte, wäre einerseits noch stärkere Zinserhöhungen, vor allem auch am langfristigen Ende, dass der 10 Jahre Swapsatz irgendwann bei 2% steht und nicht mehr bei 1%, wie er derzeit steht. Und auch gleichzeitig, was könnte noch sehr gefährlich sein, wenn der Krieg sich auf die NATO ausweitet, das ist natürlich ein Restrisiko, was gering ist, aber das wäre sehr schlecht. Oder wenn es eine starke Rezession gibt aufgrund der Kriegssituation und allfälligen Energiesanktionen. Standort in der Neustadt ist auch zu viel gebaut, würde ich derzeit nicht unbedingt machen. Aschaffenburg oder Würzburg, kann man beides machen meiner Meinung nach. Sind beides nicht uninteressante Standorte. Was hältst du vom BTC 30.000 Dollar tiefer ist möglich, je nachdem wie sich der Konflikt entwickelt. Wenn jetzt irgendeine starke Eskalation ist, ist er schnell bei 30.000, wenn sich die einigen auf Handlungstisches Bitcoin auch bei 60.000. Wie groß wird die Inflation sein? Die Frage ist, welche Inflationsrate du nimmst, deine eigene oder die offizielle, aber selbst die offizielle sehe ich Richtung 8-10% im Dollar. Im Dollarraum sind wir schon vermutlich dort sogar noch etwas höher. Am Stetten, sehr weit weg, schränken die Leute jetzt ihren Konsum ein und Urlaubsreisen? Noch nicht. Aber das kann sich schnell ändern, je nachdem wie sich der Konflikt entwickelt und die wirtschaftliche Lage und Urlaubsreisen derzeit noch nicht. Aber die Daten sprechen ins andere. Das Einzige ist, dass sich manche Amerikaner überlegen, ob sie noch nach Europa kommen. Vor allem natürlich nach Osteuropa. Immobilien in Norddeutschland, Schleswig-Holstein durchaus interessant mit dem einzigen Hinweis, dass man dort auf Überflutungen achten muss, wenn der Meeresspiegel steigt oder Sturmfluten. Aber er ist ein guter Standort, würde ich durchaus im Auge haben. Was ich von Ethereum halte, viel. Ich investiere auch dort kräftig, ich sammle das auch. Also Ethereum hat glaube ich sogar mehr Potenzial für Bitcoin, weil bei Ethereum gibt es ja dann die Umstellung auf Proof of Stake und da gibt es verschiedene Umstände, dass die Gas fees sich reduzieren und daher die Nutzung noch sich verstärkt. Aber ja, Ethereum könnte das Portfolio vielleicht sogar stärker gewichten als Bitcoin. Magdeburg mit Intel, wie immer, wenn ein großer Arbeitgeber und große Investitionen kommen, ist das gut für einen Standort. Also das würde ich schon sagen, ist etwas, was man auch im Auge fassen kann. Du musst nur wie gesagt trotzdem aufpassen, die Mieten steigen nicht so schnell immer. Magdeburg ist trotzdem nicht der Speckgürtel von Berlin, wo Tesla ist und wo noch eben auch der Speckgürtelbonus seit Corona da ist und der wird beibehalten werden. Und das Nächste ist das halt bei niedrigen Mieten, die energetischen Sanierungsausgaben, die halt im Magdeburg beim Zustand vieler Gebäude ist der Energieausweis sehr schlecht und das wird dich schon noch treffen. Bitte unterschätzt, dass nicht das Thema kommt. Hachst du Angst vor einem Atomkrieg? Also ich hoffe nicht, dass es kommt. Ich halte es auch für sehr unwahrscheinlich, aber leider nicht mehr ausgeschlossen. Also wenn du mich vor drei Monaten gefragt hättest, es kommt einer gar nicht niemals. Aber das kann man leider nicht mehr sagen. Die Energiekosten werden uns Vermieter und Vermieter erschlagen, ist richtig. Wobei eines, was man auch sagen muss, jetzt ist nämlich der Markt total mal am Anfang überhitzt gewesen. Ich habe schon wieder gesehen, Benzin, wie ich jetzt den ersten Martin gedankt habe, war schon deutlich günstiger. Habt ihr auch auf Instagram gesehen, also irgendwie, glaube ich habe ich gezahlt irgendwie für Superplus. 1,89 Euro, also ja, nicht ganz billig, aber jetzt nicht mehr diese Energiekosten. Exzesse, aber es kann sich natürlich noch was ändern und dann muss man, es kann natürlich auch eskalieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es eskaliert, ist leider gar nicht so gering, weil der Putin einen Way-out braucht. Und der Zelinski, weil natürlich Russland weniger Erfolge hat und auch der Westen natürlich weniger bereit sind zu verhandeln. Ja, das ist das Problem. Weil wenn Russland schon so dasteht mit einem Messer und sagt, ja, verhandeln, dann wird er leichter den Zelinski zu Zugeständnissen bringen, als wenn er auch Russland Probleme hat. Aber der Putin kann nicht, weil sonst ist seine Macht weg. Dann stirbt er und das heißt, er kann nur eigentlich nur eskalieren, wenn er nicht an so einem akzeptablen Verhandlungsergebnis kommt. Das heißt, das ist eine sehr schwierige Situation. Wieso brauche ich ein Auto mit Nebmaschinenmotor? Ich habe ein Auto mit Elektromotor unter anderem und ich kaufe mir noch ein neues. Ja. Das Steuer-Elite-Training lohnt sich auch für Privatpersonen auf jeden Fall, weil du im Steuer-Elite-Training auch lernst, wie du als Angestellter Steuern sparen kannst. Und das sind nicht unerhebliche Möglichkeiten, also mit Immobilien, Personengesellschaften, Aktien, Kryptowährung und so weiter, da musst du dich auskennen. Also ich kenne viele Angestellte, die hier auch das angewendet haben und natürlich damit ihre Steuerlast deutlich senken. Also ja. Immobilien in Österreich oder Deutschland kaufen. Also meine Antwort ist ganz klar. Ich meine, mein Portfolio sagt es aus, dass ich in Österreich nicht einmal 20 Wohnungen habe und in Deutschland mehr als 180. Also ist die Antwort, glaube ich, klar. Ja, und in Deutschland noch weiter zu kaufe. Danke, das Steuer-Elite-Training kann ich sehr empfehlen. Danke für das Feedback. Und vielleicht noch eines auch. Ich meine, in Deutschland hast du halt höhere Mieten, mehr Subventionen, auch bei energetischer Sanierung. Doch teilweise noch Märkte, die nicht so teuer sind, was du in Österreich nicht mehr hast. Und fairerweise ist auch die deutsche Wirtschaft derzeit noch etwas weniger getroffen, als die Österreicher schon in der Krise. Und die Märkte sind nicht, also die Mietrenditen in Österreich sind schon wirklich gering. Wobei, es kann auch in Österreich jetzt noch etwas hinaufgehen, wie ich gesagt habe. Inflation und Flüchtlingszuwanderung pushen Immobilienmärkte und demgegenüber steht eine wirtschaftliche Schwierigkeit, kombiniert mit Zinserhöhungen und mehr Eigenkapitalerfordernis. Das heißt, du hast gegensätzliche Trends, aber kurzfristig, glaube ich, wird die Inflation und die Zuwanderung überwiegen. Mittelfristig nicht, übrigens, ja. Aber im nächsten Jahr vermutlich ja. Lasten Ausgleich 2025, das hängt davon ab, wie sich der Konflikt entwickelt. Irgendwelche Steuern wird es geben, wie sie gestaltet sind und wie sie genannt werden, weiß ich nicht. Ja. Und da wirst du überall auf der Welt betroffen sein. Also vielleicht nochmal ein Recap. Im Zweiten Weltkrieg waren überall in allen kriegsführenden Ländern die Einkommensteuern über 90%. Es gab teilweise drakonische Vermögenssteuern von 5 oder 10%. Die Börsen waren teilweise geschlossen. Es gab am Ende Vermögensbeschlagnahmungen, Goldverbote. Am Ende in Immobilien wurde eingegriffen mit Begrenzungen. Bitcoins, da gab es damals noch nicht und so weiter. Also wirklich in einer Kriegssituation ist ein Vermögen nicht sicher. Und teilweise gibt es, wenn das Kriegsrecht gilt, ein Notstandsgesetz, kann der Staat auch bei, sagen wir mal so, Verstoß gegen das Gesetz, wenn es sagt, es gibt Gold oder Bitcoin und ich gebe es nicht an. 10 oder 20 Jahre Haft verlagern dann manche Länder und auch die Todesstrafe verhängen. Also das ist dann, im Kriegsrecht ist sehr viel möglich. Im Kriegsrecht kann der Staat sämtliche Vermögenswerte von dir beschlagnahmen, auch Fahrzeuge, Handys, Fernseher, Immobilien und Ähnliches. Er kann dich zur Arbeit zwingen. Und bei Verweigerung 10 oder 15 Jahre im Knast geben in der westlichen Welt. Er kann alles durchsuchen. Wohnungen, Büros, Handys, Computer, Autos. Er kann ausgesperren, verringern dich anhalten, jederzeit Demonstrationsverbot, freie Weihnachtsäußerung einschränken und, und, und. Also Energie rationieren, Nahrungsmittel rationieren. Also das gab es auch in der Geschichte schon öfters. Strom ist auch sehr teuer, Elektroheizung ist übrigens auch sehr teuer. Stromheizungen sind auch nicht so effizient. Derzeit bist du überall in der Scheiße. Ja. Das Steuerwebinar ist sehr komplex und auch für Frauen geeignet. Also es ist für alle geeignet, die weniger Steuern zahlen wollen. Also es ist definitiv geeignet. Wieso sagst du den Unterschied zwischen Männern und Frauen? Ich meine, was ist, ich meine, wir diskriminieren nicht. Es ist für Männer geeignet, für Frauen geeignet, für Anfänger geeignet, auch für Profis. Weil weil wir nicht auch dort Profi-Themen wie Immobilien-Shared-Deals, Stiftungen, gemeinnützige Organisationen durchgehen. Aber auch für viele Angestellte. Wir können wirklich was machen. Und heute, glaube ich, ist es ein ganz wesentliches, wichtig heute, Steuern zu verstehen. Weil, wenn du sie nicht verstehst, wirst du dich noch weniger wehren können gegen die Raubzüge, die kommen werden. Weil es werden zwei Raubzüge kommen, egal wie dieser Konflikt ausgeht. Du meinst ein Raubzug auf die Steuer. Ein Raubzug, ein steuerlicher Raubzug. Also der Staat wird versuchen, mehr von den Bürgern wegzunehmen. Für die meisten Leute, die nicht abgesichert sind durch harte Assets, entsprechend eine Verarmung durch die Inflation. Auch logisch. Und das dritte ist natürlich ein Raubzug gegen deine persönliche Freiheit. Wo du dich wieder nur mit Geld erwehren kannst. Und mit rechtlichem und steuerlichem Wissen. Also diese drei Dinge sind wie das Arme in ein Gebet. Mit dem musst du rechnen. Deswegen ist es ein Grund, mehr viel Geld zu haben. Oder viel Vermögen. Weil das Geld wird auch entwertet. Auch für non-bionäre Eigenleute. Ist die Drohung des russischen Botschafters in Bosnien an die gesamte NATO real oder nur Unruhestiftung in der destabilisierten Bosnien? Nein, die Drohung war, wenn Bosnien zu NATO kommt, dann gibt es Ärger. Das hat er auch schon gegen Schweden gesagt. Und Finnland und Österreich hat er abgemahnt. Das ist auch viel Show von beiden Seiten. Aber wie gesagt, Kriege sind einfach zu beginnen und schwierig zu beenden. Und sie gehen nicht mehr anders, als man sich es denkt. Und sie haben auch das Thema, dass sie meistens deutlich mehr Leid verursachen und länger dauern als geplant. Und dass sie meistens alle ihre Initiatoren zerstören. Das sagt die Geschichte. Und fairerweise auch einen sehr großen Vermögensstamm zerstören. Ich mache auch Staking und Landing und auch Trading. Nach Optionen und Futures. In der Dill-Maggie-Masterclass lehre ich das. Elternzeit neben Immobilieninvestition lernen. Das kann man auch neben der Arbeit. Ist ein guter Zeitpunkt, eine Social Media App zu veröffentlichen. Kommt darauf an, was die kann. Geld aufstellen ist jetzt für Startups nicht mehr so leicht. Welche harte Assets jetzt? Also auf jeden Fall Gold. Das zweite ist, wenn du keine Immobilien hast, solltest du Immobilien mit Schulden haben und auch gleichzeitig auf der anderen Seite Cash. Dann hast du in diesen drei Gestirn, bist du gut abgesichert. Die Schulden profitierst du von der Inflation, trotzdem bist du mit dem Cash flexibel. Kryptowieren können hinein, Aktien können hinein, aber nicht alles auf einmal, sondern eben Ansparpläne und wenn die Kurses unten, weil das stärker unten sind, sie beschleunigen. Thomas Mayer fordert einen Schuldenschnitt statt Inflationierung. Dann fällt Gold doch wie ein Stein, oder? Es fordern viele viel, am Ende muss man sich die Sachen anschauen. Das Wahrscheinlichste ist eine Inflationierung. Und das reicht normalerweise, außer der Konflikt weitet sich aus. Dann kommt meistens... Also in großen Kriegen ist fast das gesamte Vermögen zerstört. In vielen Fällen ja auch physisch zerstört, wie Produktionsanlagen und ähnliches, aber natürlich auch beschlagnahmt, um eben die Kriegsführung zu finanzieren. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes eben auch Produktionsanlagen, Gebäude, Fahrzeuge und andere Ausrüstungsgegenstände. In Paris ist es teuer, aber vielleicht von Mietrenditen besser nach als Österreich. Also teilweise hast du in Österreich Preise, die nicht mehr viel geringer als Paris sind, aber in Paris die drei- wie vierfache Mieten. In Thüringen... Es kommt auf einmal an, wo in Thüringen? Ich suche Immobilien über mein Netzwerk und ich tue teilweise auch Baum mit Subventionen des Staates. Alle Luxusgüter jetzt verkaufen, um liquide zu sein? Da musst du nicht alle verkaufen, aber wenn du zu viele davon hast und zu wenig Cash und zu wenig liquide Assets wie Gold, Bitcoin, Ethereum, Aktien, dann würde ich schauen, dass ich etwas liquide werde. Wie investieren bei Starkflationen? Immobilien, wo wenig Mietkontrolle ist und starke Zuwanderung. Brauchst du im Portfolio. Aktien, die von der Inflation profitieren und die trotzdem von der Rezession nicht so sehr leiden, also zum Beispiel eben Nahrungsmittel. Oder so Energiefirmen. Gold und vermutlich Kryptowährung, wobei dazu gibt es noch zu wenig Dreck-Rekord, das weiß man noch nicht genau. Schulden werden durch die Inflation natürlich auch ein Wert analogisch. Deswegen ist ja die Inflation für Leute wie mich, die Immobilien mit auch entsprechenden Schulden haben, positiv. Nur wenn du Oberleverage bist und du siehst dich am falschen Zeitpunkt in solchen turbulenten Märkten, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich habe beispielsweise 100%, 90% Schuldenstand oder so, dann kann es halt sein, dass dich auf die Fresse hat und dass der Kuckuck kommt. Ja, Bitcoin wird langfristig, das ist bereits institutionalisiert. Aber auch Etero. Nicht nur Bitcoin, bitte. Kommt in Österreich eine Emo-Krise? Kurzfristig nicht. Mittelfristig sehe ich eine Stagnation des Marktes. Aber es kann kurzfristig noch ordentlich raufgehen. Aber Nummer 1, ich bin generell sehr, die österreichische Markte funktioniert nicht immer nach wirtschaftlichen Kriterien. Sagen wir mal so. Deutschland funktioniert eher nach wirtschaftlichen Kriterien. Amerika auch. Aber es ist auch viel von der Thieler. Physisches Gold auf jeden Fall. Kann man auch mitnehmen. Budapest war interessant, ist jetzt vielleicht schon etwas teuer und auch etwas riskant geopolitisch. Frankfurt selbst ist zu teuer. Ich weggüttel vielleicht, Frankfurt selbst ist zu teuer. Selbst Offenbach ist schon teuer. In St. Pölten. Kommt darauf an, was sie kostet in St. Pölten. Also ich meine, eine kleine Wohnung in St. Pölten kommt über einen Quadratmeterpreis an. Dann kann ich das sagen und auf die Lage. Ist die Schweiz das sicherste Land Europas? Jein. Es kommt darauf an, Sicherheit in welchem Zusammenhang. Also neutral ist die Schweiz nicht mehr. Es ist auch auf der Liste, die Putin geschrieben hat, wer ist unsere Vereint, da ist auch die Schweiz drauf. Das ist doch relativ nahe nach einem Kriegsgeschehen. Also es kommt darauf an. Vielleicht ist auch Portugal oder Spanien teilweise Risiko. Auch im Zweiten Weltkrieg war dort relativ sicher. Nürnberg 3.000 Euro, 100 Euro pro Quadratmeter hängt von Lage ab. Aber ja, Autos profitieren derzeit, weil so viel wenig produziert wird. Durch die Chipkrise und jetzt auch noch durch die nächste Krise mit den Ukrainen, dass aus der Ukraine Teile fehlen und gleichzeitig das Geld so stark entwertet wird. Also derzeit profitieren Autos. Istanbul muss dich sehr gut auskennen und es kommt darauf an, welche Währung du rechnest. Studiapartement in Innsbruck wird schon sehr teuer sein. 17 zu 0 für die Crash-Propheten. Ja, welcher Crash? 17 zu 0 und haben sie verloren. Welcher Crash? Westi Bühle oder Don Co.? Fast Westi Bühle, aber ist beides gut. Bin bei beiden. Wohin fliehen, wenn die NATO involviert wird? Da muss man sich die genaue Art des Konfliktes anschauen. Aber vermutlich im ersten Schritt mal nach Portugal, weil das ist weit weg für Armee. Das ist weit weg von Raketen. Das ist sicherlich der erste Schritt. Und dann vielleicht nach Panama oder so. Aber wenn das passiert, dann sind wir eh schon am Rande des Weltkrieges zumindest. Und dann kann es überall gefährlich werden. Tesla Model, bei Performance, gutes, neues Investment. Ein Auto, außer ein Oldtimer, ist kein Investment. Aber ob es ein vernünftiger Autokauf ist, aus steuerlicher Sicht sicher. Das lernst du auch im Steuerlidgetraining. Das ist einer der Gründe, wieso ich mir den Tesla Plate genommen habe und kein AMG mehr zu sehen. Und abgesehen, dass mir die Benzinpreise relativ wurscht sind, sage ich mal, weil das sind Peanuts-Ausgaben für mich, aber Tesla ist auch in dem Bereich deutlich günstiger. Bitcoin wird wieder versanden. Es scheint schon ein Store-Ausgaben zu sein. Also es ist vor allem auch schon ein institutionelles Finanzprodukt. Ja. Aber auch Ethereum. Ethereum ist die Metaverse sicherlich die Basis von sehr vielen Blockchain-Projekten. Ist auch die Währung, in der Metaverse prima gehandelt wird. Also Ethereum hat vielleicht sogar etwas mehr Potenzial derzeit als Bitcoin. Bitcoin ist stabiler, hat man auch jetzt gesehen. Bitcoin ist übrigens sogar stabiler gewesen als viele Tech-Aktien. Muss man vielleicht auch fairerweise sagen. Also jeder sagt, das ist so riskant. Also viele Tech-Aktien sind vom Hoch deutlich mehr gefallen als Bitcoin. Ja. Gießen müsste ich mir genauer anschauen. In Amerika kann man schon investieren, aber da musst du dich auskennen. Da musst du fort sein. Da musst du dich gut auskennen. Stadtmiete, St. Pölten, 2400 Euro pro Quadratmeter. Wenn alles andere passt, ja. Wenn Lage passt, der Zustand passt, nichts zum Sanieren ist, der Schnitt passt, die niedrige Betriebskosten sind, kein energetischer Sanierungsstau, könnte man es machen. Als 20-Jähriger jeden Monat 500 Euro in Krypto investieren, in den 10 Jahren auscashen. Durchaus eine vernünftige Strategie. Wobei man dann mit dem, was man hat, auch vielleicht noch passives Einkommen schaffen kann. Und Stuttgart ist mittlerweile auch etwas zu teuer. Ich kann mich erinnern, vor acht Jahren oder so habe ich Wohnungen um 2000 Euro im Quadratmeter in Stuttgart gekauft. Ach, da sind wir Kleinanleger, Rätts zu kaufen, statt direkt Immobilien? Nein, weil das eine andere Assetklasse ist. Man kann schon auch Immobilienaktiengesellschaften kaufen, du kannst auch die Monovia kaufen. Aber es ist eine andere Assetklasse und hat auch andere steuerliche Themen. Eine 20 Quadratmeter Wohnung ist nicht zu klein, zumindest in Städten wie Frankfurt oder so. Das ist ein passendes, hässliches, kleines Loch. Auch in Vorarlberg sind überall überbewertet, aber Vorarlberg ist in Österreich trotz allen noch nicht unattraktiv, weil es einige Fundamentalfaktoren hat. Die Gutsche, eine starke Wirtschaft, eine fleißige Bevölkerung, eine gute Geografie, wenig Platz, wenig Sozialismus. Also das sind alles Faktoren, die Vorarlberg attraktiv machen. Und da hast du auch ziemlich hohe Mieten dort. Also Vorarlberg ist tatsächlich in Österreich sehr positiv. Börgsche heiße Wehe von Inflation und Kriege völlig unbeeindruckt. Ja, auch der ganze Markt ist jetzt relativ unbeeindruckt. Und Tatsache ist, dass Kriege nicht unbedingt schlecht für Märkte sind, weil auch dann wird viel investiert. Ich meine, jetzt ist die Frage, ob es sinnvoll investiert ist. Ich glaube, man könnte mehr in Bildung oder in Umweltschutz oder ähnliches investieren als in Waffen. Ja, ich meine, ich muss mir meinen Kopf greifen. Dafür muss ich sagen, jetzt die Grünen, wir müssen die Atomkraftwerke noch länger laufen lassen und die Kohle reaktivieren. Lass uns mal schon auf der Zugetzer gehen. Und dafür 100 Milliarden für Verteidigung auszugeben. Ich meine, also, aber für die gesamte Wirtschaft, es wird dann natürlich anders verteilt, wer was kriegt, dabei ist es, ich kriege nicht schlecht. Aufrüstung hat in der Vergangenheit Wirtschaft meistens belebt. Und dazu gibt es eine Phase der Aufrüstung. Natürlich, wenn es dann tatsächlich zu einem größeren Krieg kommt, das zerstört dann alles auch, die Börsen natürlich, wenn sie überhaupt noch offen sind. Es ist schon 220.000 Ukrainer gekommen, wären Grundstückgewohnungen, dadurch teurer? Ja, kurzfristig ja. Die Frage ist auch, wie lange sie bleiben. Ich meine, es ist die Frage, wie lange der Konflikt dauert. Viele wollen ja wieder zurück, aber es ist die Frage, wie schwer das Land zerstört wird und wie lange dieser Konflikt dauert. Man hofft, dass nächste Woche aus ist, aber es könnte auch anders zu gehen. Glaubst du, damit sind 500.000, wenn man 500 Euro monatlich anspart, muss schon sehr geschickt sein. Wenn das sind dann 6.000 im Jahr, mal 10 Jahre sind 60.000, 500.000, da muss schon ein bisschen geschickt sein. Strategieberatung, McKinsey oder Softwareentwickler, Blockchain arbeiten? Und ich glaube, die Antwort ist selbstverständlich, Blockchain, das ist viel mehr Nachfrage. Strategieberater gibt es genug. Immobilien verkaufen, die Metaverse, Immobilien digital kaufen. Also reale würde ich nicht verkaufen, um das zu tun. Das ist mehr Spielgeld, aber durchaus ein Spielgeld, was man investieren kann. Aber du weißt halt noch nicht, welches Land sich durchsetzt, ob die vielleicht dann die Flächen vermehren, also das ist noch sehr spekulativ. Also reale Immobilien würde ich deswegen nicht verkaufen. Nächste Woche ist der Konflikt zu 100% nicht aus, das war erst der Anfang. Wie gesagt, zu 100% will ich nicht sagen, es gibt gewisse Chancen, dass man sich einnimmt, aber ich glaube auch nicht. Ich hoffe es. FTX ist als Kryptobörse interessant, ja. Anteil der Aktienportfolie sollte so 20% sein. Aus Deutschland, auswandern möchte keine Steuern für Krieg zahlen. Ja, die wirst du überall zahlen. Wohin wirst du auswandern? Abgesehen von der Wegzugsbestauung, wo du aufpassen musst, auch da verweise ich es aufs Steuerlädtetraining. Da brauchst du dann unter Umständen eine doppelstöckige Holding. Immobilien nur für große Konzerne eventuell spekulativ. Für Kleinanleger zur Zeit ungeeignet, da widerspreche ich dir, weil Immobilien mit nicht Overleverage, sondern Schulden, wenn du keine hast, bist du von der Inflation geschützt. Also beispielsweise in der Türkei, wo es 55% Inflation gibt und ich glaube 20% Zinsen oder so, ja, musst du fast einen Kredit aufnehmen, um Immobilien zu kaufen, weil du dadurch dein Vermögen rettest, weil das Gericht wird entwertet. Also gerade in sehr stark inflationären Zeiten sind die Immobilien, muss. Nur du darfst dich nicht Overleveragen. Wenn du Overleveraged bist oder völlig ahnungslos oder überteuert kaufst, dann schlägst du auf die Fresse. Dazu gibt es auch das Betongoldtraining. M&D, ja, aber es ist halt volatil. Und es gibt bessere Sachen. Ja, dann auch mit einem Great Reset. Nochmal, ich hoffe, dass es keinen Weltkrieg gibt, das kann ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist leider nicht null. Dann hätten wir tatsächlich einen Great Reset auch bei einer anderen Art. Und ansonsten, nein. Du musst einfach die Trends verfolgen. Nicht narrisch werden. Ja. Alternativen lässt, wenn sie Luxus holen, ist auch überteuert und gleichzeitig musst du halt aufpassen, dass du illiquid bist. Wird eher liquide Assets halten in so volatilen Märkten. Statt BTC und Gold Ackerland als Absicherung, muss dich ausgehen. Ackerland, zumindest bei uns, hat eine recht klärgliche Rendite. Bei Kryptowährten kannst du mehr machen. Also statt Gold und Bitcoin würde ich nicht sagen, zusätzlich vielleicht. Haus verkaufen, all in den Shitcoin, okay. Ja, ich meine. Ich glaube, das braucht man nicht beantworten, solche Dummheiten. Die Asset-Klasse habe ich schon gerade genannt. Gold. Immobilien auf Schulden mit, wie sind Riesen und mit Know-how. Aktien, Kryptowährungen, Cash. Eigene Online-Marketing-Agentur, was sagst du zur Branche, ist ein sehr stark wachsender Bereich. Einziges Problem ist Agenturgeschäft. Wenn du klein bist, kannst du sehr viel verdienen. Dann hast du eine Durststrecke, weil du dann Leute anstellen musst, die teuer sind und schwierig zu bekommen sind und deine Kunden viel fordern. Also dann wird es schwieriger. Großen Firmenwert hast du nicht. Nichtmöglichkeit, Geld damit zu verdienen, vor allem in kleineren Strukturen sind auf jeden Fall gegeben. Eigene Online-Marketing-Agentur immer mit GmbH. Außer du hast deine am Anfang Verluste, dann machst du das nebenbei als Angestellter, da hast du hohes Einkommen und dann kannst du das der Personengesellschaft machen und sie nachher umwandeln. Ja. Es gibt keine Kryptowährung, es handelt sich um Sammelobjekte. Jein. Also nenn es Tokens oder was. Der Unterschied, NFT sind tatsächlich Sammelobjekte, aber die sind nicht liquid, aber Bitcoin und Ethereum sind fairerweise liquider als Aktien. Du kannst 24 Stunden, 7 Tage die Woche handeln und du hast auch gesehen, dass wenn viele Leute jetzt aus der Ukraine oder aus Russland geflüchtet sind, ich meine, du kannst ja teilweise über die Grenze abgesehen, dass es physisch gar nicht so leicht ist, aber versuch einmal, du wirst ja aufgehalten oder vielleicht auch rausgeraubt, wenn du jetzt 500.000 Euro in Cash oder in Gold mitnimmst und überweisen ging ja oft nicht und guck, du wäre einmal die einzige Möglichkeit, wie Leute Geld aus Russland und Ukraine ins Ausland gebracht haben, wenn sie jetzt sagst, ich fliege aus Russland oder Ukraine nach Dubai oder Türkei, brauchst du Geld zum Leben. Also man hat jetzt durchaus einige Use Cases gesehen in Notfällen. Ja, muss man dazu sagen. Das digitale Geld wird auch von der EZB irgendwann eingeführt, China ist aber hier führend. Mit Immobilienentschulden basiert in einer Hyperinflation das, dass sie praktisch weg sind, sind nichts mehr wert. Nur, wenn es Mietbegrenzungen gibt, hast du natürlich auch ein Thema, dass die Immobilien dann nicht so viel mehr wert werden, dass die Wertsteigerung der Immobilien begrenzt ist, aber die Schulden sind dann wertlos. Das heißt, du hast praktisch entschuldete Immobilien, die ja auch möglich dann Verluste produzieren und vielleicht auch nicht so werthaltig sind, wenn es Mietbegrenzungen gibt und gleichzeitig die Betriebskosten durch die Hyperinflation extrem stark steigen. Also sowas ist schon eine Gefahr. Oder die Instandhaltungskosten. Wie so schätze ich Österreich als hohes Risikogebiet für Immos ein. Kann man überhaupt nur selektiv erwarten oder? Ja, schon, in Österreich ist ein paar Themen. Es wird in Österreich extrem viel gebaut im Verhältnis zur Bevölkerung. Die Mietrunditen sind im internationalen Vergleich extrem gering. Die Wirtschaft und auch die Banken sind überdurchschnittlich von der Russland- und Ukraine-Krise betroffen. Und die Preise sind mittlerweile auch im Vergleich zu anderen europäischen Städten schon, die teilweise deutlich höhere Mieten haben als Wien. Beispielsweise der Graz, schon sehr fantasievoll. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht einmal im ersten Bezirka ein Neubau- oder saniertes Altbau-Projekt gesehen, irgendwo in schon sehr guter Lage für 12.000 Euro im Quadratmeter. Okay, in Wien. Und was kriegst du dann? 12 Euro Mitte? In Paris kostet die Immobilie vielleicht eine Spur mehr in so einer Lage. Vielleicht 14.000 Euro im Quadratmeter, aber du kriegst 40 Euro Mitte im Quadratmeter. Also, schon mal, auch zum Vergleich. Wien ist schon da verrückt. Der Markt geht nicht nach wirtschaftlichen Kriterien. Wie sind Kryptokids innerhalb von drei Jahren multimillär geworden, siehe Karl-Runfelds-Immun? Durch Träden und durch Coins, die sehr stark gestiegen sind und Research. Und manchmal ein bisschen Glück. Warum sollte man auf einem überalterten Kontinent Immobilien kaufen? Weil ja auch viel Zuwanderung sein kann, wenn die Politik das will. Und man sieht jetzt gerade, was ja auch manche immer wieder sagen, wir sind überaltert, aber man sieht jetzt, dass Zuwanderung kommt. Nicht unerheblich sogar. Und auch wenn die Klimakrisen schärfer werden oder selbst die Nahrungsmittelknappheit, jetzt beispielsweise, wenn jetzt in Ukraine nicht angebaut wird, das ist auch ein großer Exporteur von Weizen beispielsweise, und auch Düngemittel weniger exportiert werden und viel teurer werden, dann gibt es eine Nahrungsmittelknappheit. Wird das Europa betreffen? Wird vielleicht teurer werden, aber wir werden nicht verhungern. Aber in Afrika oder in Teilen vom Mittleren Osten, die sehr viel auch importieren, wie Libanon oder Irak, Iran, solche Länder. Oder Ägypten, Tunesien, das kann schnell zu bürgerwegs ähnlichen Zuständen führen, wenn die Leute im wahrsten Sinne des Wortes verhungern, weil sie sich die Nahrungsmittel nicht leisten können. Und das führt normalerweise auch zu Flüchtlingskrisen. Und wenn es starke Zuwanderungstendenzen gibt, ist das für die Immobilienbranche grundsätzlich gut. Man kann politisch geteilter Meinung darüber sein, aber das ist einfach nur eine Betrachtung. 23 Quadratmeter Frankfurt City West, 210.000 ein. Die armen Menschen wegen Machtgier. Ja, es ist nicht nur Machtgier, es ist teilweise eine Unfähigkeit. Es fehlen Staatsmänner, die Dinge lösen, bevor sie zum Krieg führen. Nicht Leute, die recht blind in die Sache hineingehen. Ja, sowohl, ich meine, der Putin hat sich überschätzt, aber auch der Westen hat, wäreerweise, hätte auch mal reden können. Und man darf schon eines sagen, dass auch die Chinesen natürlich auch sehr biased sind, weil sie nicht die Brutalität von Putin unterstützt, auch viele eigene Interessen haben. Aber was sie schon wahres gesagt haben, irgendwann muss die USA und Russland mal reden miteinander. Ja, also es fehlen ein bisschen die Staatsmänner. Ja, das ist das Thema und deswegen kommt das Leid. Können demnächst Wohnungen zwangsbelegt werden? Leere Wohnungen? Ja. Das ist nicht ganz ausgeschlossen. Unternehmenkauf und Neugrünnen hängen davon ab, was du zum Kaufen kriegst. Und was du Neugrünnen willst, das kann ich so allgemein nicht sagen. In Kärnten schwierig, wobei, wie gesagt, durch die neue Core-Almbahn und durch den Semmering-Basis-Zone wird es etwas attraktiv, aber auch dort sind die Preise ja nicht mehr billig, leider. Nach dem BWL-Studium in die Immobilienbranche starten, wie siehst du die Zukunft dieser Branche? Ja, die Branche hat eine lange Boom-Phase. Und die Immobilien-Boom-Phase sind lang, aber dann auch die härteren Jahre sind auch lang. Jetzt müssen wir mal die Vergangenheit hernehmen und ich glaube, es drohen uns auch ein paar rauere Jahre in der Immobilienbranche. Derzeit wird zu viel Geld verdienen in Österreich, in der Branche, das endet nicht gut. In Österreich war ich beim Porsche-Händler, um den Dekan mal probieren zu fahren, obwohl ich da ein bisschen enttäuscht war. Der Dekan auch nicht mehr als mein jetziger Tesla, weil es ist kein Fortschritt. Aber abgesehen davon hat man gesagt, 60% der Porsche-Käufer kommen aus der Immobilien- und Baubranche. Stimmt was nicht? Ja. Deswegen brauchst du mehrere Standbeine, die ich ja auch habe. Ich habe digital und Corporate Finance und Kryptos und Immobilien. Wenn du viele hast, irgendwas geht nicht mehr. Trier müsste ich mir genauer anschauen. Warum gehen die meisten nicht nach Dubai? Das sind 0% Steuern. Also Nummer eins, wenn du wegziehst, das ist eine Wegzugsbesteuerung. Das zweite ist, man kommt immer darauf an, da musst du wirklich dort leben. 6 Monate im Jahr ist es zu heiß. Du hast doch ein erhebliches politisches Risiko. Es gibt dort auch viele Regeln. Also ich war in Dubai öfter. So zum Urlaub mache ich es mal ganz schön, aber zum Leben würde ich mich dort nicht wohlfühlen. Und du kannst auch hier deutlich weniger Steuern zahlen, wenn du es verstehst. Und gleichzeitig glaube ich auch, wenn du in einem Land die Infrastruktur nutzen willst, musst du auch gewisse Steuern zahlen. Also war der Trump doch nicht so schlecht. Ja, ich meine, schau. Wirtschaftlich war er nicht blöd. Also wirtschaftlich hat er gute Sachen gemacht. Er war halt, was Klimathema betrifft, Zuwanderung teilweise sehr rückwärts gerichtet. Und er war in manchen Bereichen, also zum Beispiel eben Rechtsradikalismus, Gewalt, was ja am Ende fast der Staatsstreich war. Ich meine, das war vollkommen undiskutabel. Ja, und wenn er an der Macht gewesen wäre jetzt, das Problem ist, der Biden und der Putin können nicht miteinander. Biden hat gesagt, Putin, du wolltest nicht, dass ich gewählt werde. Und die haben sich immer gehasst. Und schon zu Zeiten, wo der Biden der Vizepräsident war. Und gleichzeitig hat sein Sohn der Hand der Biden in der Ukraine auch irgendwelche wirtschaftlichen Aktivitäten gehabt. Nämlich war Aufsichtsrat einer Gasfirma, der dafür Millionen kriegt, obwohl eigentlich eher, glaube ich, einen Checkout-Background hatte. Also die zwei sind eine ganz schlimme Kommunikation. Beim Trump hätte man nicht gewusst. Bei Trump hätte ich vielleicht geeinigt mit dem und mir gar nichts passiert. Aber wenn Russland trotzdem eine Invasion gemacht hätte, hätte das auch sehr schnell eskalieren können. Da ist sicherlich der Biden vorsichtiger. Also der Trump wäre mal impulsiv. Aber von der Art her vermutlich leichter mit Putin ins Gespräch zu kommen, als der Biden. Der Biden und der Putin, die können nicht. Der Biden sieht das alles, er sieht ihn als Barbar und als Tyrann und alles. Und das hat sicherlich viel Wahres dahinter. Nur wenn der halt Atomwaffen hat, muss man sich halt trotzdem mit ihm zusammensetzen. Und das tut der Biden und kann er nicht. Im Umgekehrt genauso nicht. Das ist leider ein Problem. Macht es nicht leichter. 2.900 Euro im Quadratmeter im Hannover sinnvolles Investment. Ja, wenn die Lage passt, würde ich schon kaufen. Singen am Boden ist auch nicht so schlecht. Ja, ich arbeite gerade am neuen Buch. Liquidität im Bargeld. Ja, verschiedenen Konten. Und Dollar, Euro. Die Herr Darmstadt nächste Woche Klausur im Kurs Immobilien Baubeitriebslehre. Viel Erfolg. Günstig bauen ist heute einer der Kernthemen. Die Bauspieler denken nicht viel. Da widerspreche ich. Der Roder Reigen war auch ein Schauspieler. Und der hat den Kalten Krieg beendet. Also, der war ein sehr, sehr erfolgreicher Präsident. Der hat Amerika zu neuer Stärke geführt. Eine wirtschaftliche Boomphase eingeleitet. Und, nenn man es mal so, den Kalten Krieg gewonnen hat. Der Roder Reigen war ein Schauspieler. Lassenausgleich noch mal. Ich weiß nicht, ob er Lassenausgleich kommt. Ich glaube jetzt nicht, außer wir haben eine Kriegssituation. Dann kann alles kommen. Aber, was ich mir schon vorstellen kann, sind neue Steuern. Deswegen macht es auch Sinn, darüber zu lernen. Deutschland und Mobilindustrie in den nächsten ein bis drei Jahren ist er nicht mehr noch profitabler, weil die deutschen Autos haben noch immer Weltweit einen guten Ruf. Und sie sind jetzt auch in Elektrofahrzeug recht aktiv. Und die Erhöhler können jetzt einfach an der Preisschraube treten. Also, der einzige große Risiko ist, wenn mit China was ist. Dann wird es schwer. Die gesamte deutsche Wirtschaft ist extrem abhängig von China. Ich werde nicht die Politik in den Leuten, nein. In Deutschland wird nicht gelehrt, wie man günstig baut. Wir sind das Land verständlich. Ja, leider. Höre dein Hörbuch regelmäßig großartig, danke. Trauenstein kenne ich zu wenig, aber ich schätze es auch ziemlich teuer. Deutsche Autos sind gefragt wie eh und je. Ja, wobei fairerweise, was Elektroautos betrifft, der Tesla ist sicherlich eine Klasse für sich, wenn man die American Standard Ausführungsqualität, die mir eigentlich wurscht ist, weil ich verstehe nicht viel vom Design. Ich verstehe ja nicht von schönen Möbeln was. Wir haben keine Möbel da am Stephansplatz im Büro. Aber abgesehen davon ist das Auto schon eine Klasse für sich auch. Aber trotz allem, die Deutsche haben jetzt auch aufgeholt, also Tesla ist nicht mein einziger Elektrofahrzeug und die werden noch mehr aufholen. Der Mercedes EQS ist von der Reichweite auch ziemlich genauer wie der Tesla blöd. Der geht halt noch ein bisschen schneller. Die bauen für ihre hunderte, ja. Wird Europa betrefft Sicherheit, Verteidigung, Unabhängigkeit und globale Kooperationsbereitschaft, Migration, Klimaschutz und Einigkeit erlangen? Nein. Mühldorf am Inn kenne ich auch zu wenig. Am Inn muss nur aufpassen auf Überflutungen. Ja, mit den E-Autos bis jetzt schaut es schon danach aus. Also Porsche mit dem Taycan verdient relativ viel. Da gibt es schon ersten Treckerkunden. Mercedes mit dem EQS, glaube ich, verdient auch nicht so schlecht. Die Zulebhör werden mehr leiden, weil du brauchst weniger Teile. Und die Händler, weil die Reparaturwirkstätten brauchst du nicht mehr viel. Ich habe gesehen, beim Tesla war im Vergleich zum Benzinauto ein Drittel zum Reparieren. Ich habe keinen Podcast. Ich mache ihn wieder hier mit meinen Live-Chats. Ich muss mal BMW iX50 fahren. Also wenn, würde ich vermutlich den Stärksten nehmen. Das ist sicherlich nicht der Stärkste. Mit YouTube verdiene ich zu viel. Das ist eine Nebensache. Ich müsste nachschauen. Für jemanden für mich homöopathische Dinge. Es würde nicht meine Gastronomieausgaben decken im Jahr. Kochst du oder eher delegieren? Ich kann nicht kochen. Also, sorry, ich war immer 365 Tage im Jahr essen. Ich delegiere alles. Nein, ich werde nicht in die Politik gehen. Aufs Auto verzichten sinnvoll? Total verzichten nicht. Aber es gibt viele Destinationen, die man besser mit dem Zug erreicht. Schlicht und einfach. Ich kann mir ja jede Form des Transports wählen. Also ich kann alles wählen. Auto mit oder ohne Chauffeur. Ja, ich kann einen S-Martin wählen oder einen Tesla oder einen Tesla Blade. Ich kann einen ICE oder Ratchet wählen. Ich kann einen, wenn ich im Ausland bin, einen Mietwagen, eine S-Gasse oder was wählen. Ich kann einen Flieger in der Business Gas wählen. Und in vielen Destinationen ist die Bahn fairerweise die effizienteste Form, wo du einsteckst, arbeiten kannst, keine Sicherheitskontrollen hast und entspannt aussteckst. Ja, also für jemanden, der das fairerweise auch unvergleichlich günstig ist. Ja, muss man auch dazu sagen. Und ich fahre immer erste Gasse. Also es kommt auch an, auf die Destination zu machen. Ich nehme mal an, Wien, Linn, Salzburg macht keinen Sinn mit einem Auto. Oder Innsbruck macht auch keinen Sinn. Wenn es ganz knapp ist, mal vielleicht fliegen, aber die Flugverbindungen sind schlecht. Und Wien, Graz macht doch Sinn mit einem Auto. Aber wenn der Semmering-Basistunnel ist, macht es vielleicht keinen Sinn mehr. Stuttgart, Hamburg beispielsweise musst du fliegen. Aber beispielsweise Stuttgart, Köln oder Frankfurt-München macht fliegen keinen Sinn. HelloFresh habe ich mir zu wenig angeschaut. Ich habe DAX-Aktien, das Mercedes gewichtet. Wie gibt es das? Ich meine, es gibt viele Sachen, die du machen kannst. Ich fokussiere mich halt auf ein paar Dinge, mit denen ich dann auch trete. Ich tue ja nicht nur behalten, ich tue auch treten. Auf Immobilienbad vor allem findest du selten jetzt was. In Austin, Texas musst du dich auskennen. 30 Quadratmeter in Klagen von 420.000 ein. Das ist zu teuer. Das reichen sich nicht. Verdienst du mit YouTube ein normales Angestelltengehalt, also 50.000 brutto? Also, ich müsste nachschauen, aber vermutlich in der Größenordnung, es ist nicht sonnlich viel. Es reicht nicht, mein Essen zu decken. Dreh dich immer in der GmbH. Jain, das hängt davon ab, ob du in Österreich oder in Deutschland sitzt und was du tretest und wie du tretest. Also, das kann man so generell nicht sagen, bitte steuern, 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 leitet reden. Das ist etwas komplizierter. Denke, dass die Gasbom-Aktien enteignet werden, möglich ist es. Ich habe geheiratet, einen Fehler. Das Heiraten alleine ist der kleinere Fehler. Das Problem ist, wenn es eine Scheidung gibt, das ist der große Fehler. Wenn du dich kommittest mit deinem Lebenspartner, wie auch immer er ausschaut oder sie ausschaut, bis zum Lebensende zusammenzugeben und sich nicht zu zerstreiten, dann okay. Wenn du eine Scheidung hast, gnade dir Gott. Was hast du denn für eine Uhr, bitte sehr, Daytona? Erbwacht muss sich die Erbwacht-Verträge anschauen. Das ist ein bisschen komplizierter. Das hängt von Laufzeit ab, vom Erbwacht-Dienst, was am Ende passiert und was verlängern kann. Also, Erbwacht muss sich anschauen. Liquidierte Mining kann man schon manchmal machen, muss man sich aber auskennen. Was tun mit 70.000, wie ich schon fair gesagt habe, in diese Asset-Klassen investieren? Eine doppelstöckige Holding brauchst du dann, wenn du ohne Wegzugsbesteuerung aus Deutschland auswandern willst. Und du musst heute auch, wenn du innerhalb der EU verziehst, was EU-rechtswidrig ist, eine Sicherheitsleistung für die Wegzugsbesteuerung hinterlegen. Und die ist so hoch wie die Wegzugsbesteuerungssteuer. Also, da brauchst du definitiv eine doppelstöckige Holding. Erfurt ist nicht uninteressant, aber auch etwas teuer. Ja, Gold, Silber, für mich reicht Gold. Aber wie gesagt, ich verfolge nicht alles. Ich habe nur eine begrenzten Ressourcen und ich versuche die Dinge zu verfolgen, die ich gut verstehe und die ich skalieren kann und mit denen ich auskömmlichen Return on Equity verdiene über 25%. Und das möglichst steuereffizient. Ich glaube, wenn man das schafft, langfristig zwischen 20 und 25% einigermaßen steuereffizient zu verdienen, dann wirst du auch in Zeiten stärkerer Inflation immer reicher. Ja, ich bin kein Genie, dass ich irgendwie dauernd 100 oder 150% erziele. Es gibt manchmal Fälle, wo man ein gutes Händchen hatte oder Glück hatte oder beides, wo das der Fall ist. Dafür gibt es auch manchmal Dinge, die weniger gut sind. Aber in Summe ist das so meine Zielrendite, so ähnlich wie ein Hedgefonds. Ich bin auch ein Hedgefonds-Manager von meinem eigenen Vermögen. NFTs sind nicht nur Hype. Die Technologie wird langfristig bleiben. Aber es ist halt, wie auch am Anfang des Internets, auch viel Tulpomania dabei. Und auch viele Firmen, die im Internet am Anfang gegründet wurden, siehe Neuermarkt, aber auch Nasdaq, die gibt es nicht mehr. Die sind insolvent gegangen und die waren auch zu verrückten Bewertungen. Ja, im bayerischen Wald kenne ich mich zu wenig aus. Tokenisierte Immobilien muss ich noch durchsetzen. Das ist gar nicht so leicht, weil es rechtlich schwer zu strukturieren ist. Ja, 25% Return Equity, es kommt darauf an, was? Manche Dinge sind geleveraged, manche nicht. Also Aktien sind nicht geleveraged. Beispielsweise Beteiligungen auch nicht. Immobilien natürlich schon. BV-Anlagen haben wir einiges an Zukunft. Wenn jetzt bei mir ein Dach kaputt wird, dann würde ich auch eine draufbauen. Bestes Westen habe ich einige gehabt. Also sicherlich Immobilien, das ist am richtigen Zeitpunkt erkannt, aber auch, dass ich Kryptos zum richtigen Zeitpunkt erkannt habe, dass ich das digitale Geschäft zum richtigen Zeitpunkt erkannt habe. Das war schon einiges. 450 Euro Job bei dir, es kommt darauf an, was du machst und kannst. Ich stehe eine starke Inflation in Österreich, aber kein Grash oder starker Preisverfall. Also ich sehe auch nicht in Österreich einen drastischen Preisverfall, dazu ist der Markt zu lahm, aber ich sehe mal auch eine Stagnation bei Immobilien. Oder auch einen leichten Verfall, was viele Immobilieninvestoren, die kaufen, um Teure weiterverkaufen zu können und die die Bestandhaltung nicht leisten können, weil sie einen negativen Cashflow haben, werden sie alle auf die Fresse fallen. Wenn du jetzt viele günstige Objekte wiedergeben, die Frage ist nur, wann es passiert, das kann ich nicht sagen. Kurzfristig wird es nicht passieren, sage ich da. Aber wann, who knows. Was sollte man im ersten benötigen, verkaufen, wenn man Geld benötigt? Autos, Wohnungen oder Aktien? Wenn du Autos sagst, solltest du definitiv die Autos verkaufen. Wenn ein Auto reicht, weil das andere sind Vermögenswerte. Und wenn du mit Autos Oldtimer meinst, dann kommst du davon, was du für den Oldtimer erzielen kannst und ob du den Steuer frei verkaufen kannst oder nicht. Was meinst du mit Faktorinvesting? Erklär mir das bitte genau. Wie viel Prozent vom Gehalt investieren pro Monat? Das hängt ein bisschen davon ab, was du verdienst. Aber die sind 50 Prozent. Aber wenn du wenig verdienst, wird es nicht gehen. Da kann man nur mehr verdienen und mehr arbeiten. Rolex-Wohren sind eine gute Anlage, fairerweise. Ja, aber eine illiquide Anlage. Ich investiere sicher nicht auf Basis von DCF-Multiple, nein. Sondern eher Cashflow-Multiple, Substanzbewertungen und ähnliches. Enterprise-Welle zu EBITDA und so weiter. Weißen Fällen in Sachsen kenne ich nicht, aber ich würde nicht dort investieren, wo die Mieten am billigsten sind. Das lohnt sich nicht. 2,8 Prozent bei Immobilien in Österreich noch akzeptabel. Wie gesagt, Immobilien in Österreich ist ein großes Feld. In Kitzbühel oder im ersten Bezirk oder im neuen Bezirk, in Wien würde ich sagen, definitiv. Der Quadratmeterpreis ist auch dann sehr günstig, aber in einer einzelnen Stadt sicher nicht. Ja. 500.000 ohne Immobilien, was meinst du damit? Welcher Branche würdest du jetzt eine Firma gründen? Man denkt immer davon ab, was deine Fähigkeiten sind und was deine Interessen sind. Aber Branchen, die sehr viel Zukunft haben, ist ja nicht alles, was im digitalen Bereich ist, insbesondere die Bereiche künstliche Intelligenz. Digital Medizin ist ein Riesenthema. Das ist ein ehre stark wachsendes Thema. Auch IT-Security ist ein Riesenthema. Auch Dienstleistungen für Staaten zu erbringen, Cyberwarfare leider auch. Dann ein großes Thema ist das Ganze, wo du viel Geld verdienen wirst können, ist das ganze Thema Kryptos und NFTs und Metaverse, wo viel Geld verdient wird und wo viel Wachstum ist. Das ist natürlich auch das ganze ISG-Thema, also insbesondere eben Klimaschutz, Umweltschutz, Energieeffizienz, neue Formen der Verkehrslogistik und so weiter. Also auch dort in dem Bereich ist irrsinnig viel zu verdienen. Also kann ich nur sagen, in den Bereichen, die wachsen. In Genw hat starke Mietbeschränkungen, also wirklich nicht unbedingt. Wird der Euro weiter fallen? Das hängt davon ab, was die Amerikaner machen. Aber ich bin nicht so stark im Bereich gleich zum Dollar fallen, glaube ich. Ich investiere in manche Coins auch außerhalb von Bitcoin und Ethereum, aber eher homöopathisch. Ja, mehr als das Spielgeld. Lebensversicherung vom Jahr 2000 Laufzeit nach 30 Jahre kündigen? Das hängt von den Bedingungen der Lebensversicherung ab, ob du Garantie zinserst und wenn die A-W hoch. Unbebautes Grundstück verkaufen oder bebauen und verkaufen? Das muss ich genau ausrechnen. Und dann hängt es eigentlich auch davon ab, zu welchen Kosten du bauen kannst und ob du Erfahrung hast. Und dann brauchst du auch die richtige Steuerstruktur. Muss man im Einzelfall sich wirklich anschauen. Kryptosaktien bei Bitpanda, ja, bei Kraken, bei Flatex, bei Hello Bank, bei Robin Hood, bei Charles Schwab, Interactive Brokers. Viele Trader profizieren eine Bitcoin-Kurrentur auf 20.000 bis 30.000. Aus jetziger Sicht eher unwahrscheinlich, aber halt auch leicht möglich. Und wenn es irgendwo unter 30.000 Dollar ist, solltest du tunlichst dein Pulver warm haben. Dann sollte man ordentlich kaufen. Weil dann wird auch Ethereum irgendwie fallen unter 2.000 Dollar und dann sollte man auch ordentlich kaufen. Dann würde ich sicherlich sechsstellige Beträge investieren zu diesen Preisen. Ja, genau so wenn ein Tags auf 8.000 geht. Möglich ist es. Aber wenn das ja kurzfristig. Wann kommt der große Crash, Leute? Wie gesagt, derzeit ist er mal nicht da. Ja. Norwegen. Du hast auf jeden Fall Wegzugsbesteuerung, wie wär's zu kalt und zu dunkel im Winter. Ja. Wär mal ganz banal. Ja. Fallen die Preise, wenn der Krieg vorbei ist. Weißt du, die Aktienpreise oder die sinkt die Inflation? Das sind zwei verschiedene Fragen. Bitpanda ist okay, aber die Gebühren sind etwas teuer, außer das Bitpanda Pro. Ja, Talimanga hält nichts von Kryptos, ist richtig. Aber auch der Warren Buffett hat lange nichts von Technologiefirmen gehalten und hat seine Meinung auch geändert. Ja. Ich sage nicht all in, wie gesagt, aber es gehört ins Portfolio hinein. Was war die dümmste Investment-Idee, die ich in letzter Zeit gehörte? Einmal wollte mir jemand, dass ich in ein ICO investiere. Und dann habe ich ihm gesagt, dass das, was er macht, eigentlich eine Abschöpfung ist von den Investoren über Krimen und Bahamas und Dubai in die eigene Tasche. Und da war er so wütend, dass man fast eine Ohrfeige runterhalten wollte. Ich habe gesagt, ja, aber ich verstehe das alles nicht. Ich sehe nur, von dem, was sie mir erklärt haben, ist das einfach ein Abschöpfungsprozess, dass man das Geld der Anleger nimmt und über verschiedene Umwege in die eigene Tasche versucht, steuereffizient zu bringen. Also aus meiner Sicht wäre es eine Schenkung und die wäre schenkungssteuerpflichtig. Also solche Dinge passieren halt manchmal, ja, da wäre ich ja, ja, stecken kannst, auch auf verschiedenen Plattformen, muss ich anschauen. In der Türkei, auswandern, nein, man muss dort Beziehungen hinhaben. Ich glaube, das ist immer Abzock, das ist ein Blödsinn, sorry, Leute. Es ist mittlerweile eine Asset-Klasse, wo ein ganzes Universum und ich glaube auch, der jetzige Konflikt hat gezeigt, dass sie vielleicht manchmal in einer sehr guten Form im Portfolio, es ist sehr gut, solche Dinge im Portfolio zu haben. Für manche war es lebensrettend oder zumindestens wirtschaftliche Existenzrettung. Immobilien in MSCI World umschichten, teuerfrei, da musst du mir die Immobilie anschauen, welche es ist und was du kriegst. Das kann man so generell nicht beurteilen. Da bräuchte ich mehr Infos. Schuldenfrei Immobilie beleihen und in Krypto investieren. Wenn sie vermietet ist, kannst du natürlich schon beleihen, sodass die Miete weiter eine Kreditappe zahlt und mit dem Geld, den wir andere Immobilien kaufen, oder auch Kryptos kaufen, ja, es kommt immer auf den Zweck an, was du willst. Ich meine, wenn du von den Immobilien leben willst, von den Mieteinnahmen willst du es vielleicht weniger beleihen. Wenn du sagst, okay, ich will nicht davon leben und ich möchte in andere Dinge investieren, kann man das im moderaten Umfang machen, nicht overlaveraged, also maximal zum Faktor 16 bis 17 der Jahresmiete würde ich es machen, aber das kann man machen. Allerdings bitte Vorsicht, dass du die Zinsen nicht mehr von der Steuer abschreiben kannst. Die Zinsen im Jahr 2024, meinst du, die kurzfristigen und langfristigen, die kurzfristigen sehe ich bei 2%. Ungefähr, aber ich bin kein Hellseher, sonst hätte ich schon meinen Airbus. Kostarika haben keine Armee, Militär oder sonst was. Ja, das Problem ist halt nur, dass der Lebensstandard nicht auf westlichem Niveau ist und das Zweite ist, dass du nämlich auch dann Zivilanrest hast. Du darfst nicht vergessen, in vielen Ländern, wo auch doch gröbere kriminelle Strukturen sind oder auch Nahrungsmittelknappheit, wirst du nämlich von den eigenen Leuten abgemolkst. Ja, auch das ist ein Thema. Im Kugtu-Bereich gibt es so viele Geschäftsmodelle, wir arbeiten gerade auch hier an einem neuen Produkt, was wir euch präsentieren werden, wo man euch das erklärt. Der Bitcoin Cashner. Ich mache es einfach. Mit Factor Investor meine ich Value Investor, Small Cap, Momentum, Quality, Emerging Markets, ETFs. Das sind ganz verschiedene Strategien. Jeder hat ihre Vor- und Nachteile, aber es sind verschiedene Strategien. Kannst du ein Video machen, wie du deine Aktie analysierst? Kann man machen, ja. Wird es ein Krieg auf den Balkan geben? Ich hoffe nicht, aber leider auch nicht auszuschließen. Playa del Carmen. Das ist in Mexiko. Nicht mein Land, sage ich dazu. Aber das Wetter ist schön, aber ich fühle mich dort nicht wohl. Das ist zu viel Kriminalität und das ist nicht meines. Doch ein recht armes Land. Noch ziemlich korrupt, aber ist okay. Zum Fußball möchte ich nichts sagen, davon verstehe ich nichts, ja. Sorgen die ESG-Vorgaben für neuen Antisemitismus? Wieso? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das hat nichts miteinander zu tun. Sorry. ESG ist Environmental and Social Governance. Und Environmental and Social Governance bedeutet schlicht und einfach, dass du als Unternehmen, weil einfach gesagt nicht die Umwelt zerstören darfst und nicht eben deine Stakeholders, also die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten, die eine allgemeine Community entsprechend respektvoll behandeln musst. Und man kann dann über die Interpretationen diskutieren, aber das ist ESG. Ich weiß nicht, was das damit zu tun hat. Wann, wie soll Europa, Russland wieder Kooperation anbieten? Softbauer plus Hardbauer ist gleich Frieden und Wohlstand. Am Ende wird man sich ja auf eine Kooperation wieder einigen müssen. Europa braucht Russland wegen der Energie und der Rohstoffe. Und Gott braucht Russland auch Europa. Und kann sein, dass es lange dauert, bis das passiert, weil der Putin ist noch nicht so alt. Da braucht wohl nicht auf der Seite jemanden Neuen und auch vielleicht auf der westlichen Seite auch ein paar neue Gesichter, die vielleicht dann insgesamt auch besser miteinander können. Urkwai kenne ich zu wenig. Mitverein macht oft Probleme, außer in sechsstelliger Beträge. Ich denke, ja, das kann sein. Da ist tatsächlich Kraken besser. Cash besser umwandeln in Gold. Kommt darauf an, wie du Cash hast. Du sollst gewisse Cashquote haben und Immobilien mit Schulden auch. Aber Gold gehört auch dazu. So, Leute, ich muss jetzt dann auch noch wieder weiterarbeiten. Das heißt, ich werde jetzt noch ein, zwei Fragen beantworten und dann werde ich den Live-Tag beenden. Gesunde Unternehmen könnten keine Finanzierung mehr bekommen. Das war 2008 so. FEG-Token kenne ich nicht. Goldbestände aus Familienerben und von denen keiner was weiß, wie lagern. Das Problem ist, eigentlich musst du sie informieren. Emerging Markets Fonds. Also China ist nicht, wird wegen China auch gehen. Emerging Markets werden auch mehr Probleme bekommen durch die Nahrungsmittelknappheit und auch, dass das Geld mehr in Dollar geht in schwierigen Zeiten. Cash habe ich genügend. Ibiza auswandern. In Deutschland, wie gesagt, aufpassen auf die Wechselungsbesteuerung. Die Frage ist, ob du da für eine Insel leben willst. Ibiza ist geil. Zum Urlaub machen, Party machen. Vielleicht bin ich ja auch im Sommer heuer auf Ibiza. Guck in die Ibiza. Aber dauerhaft leben, wer meines nicht. Aber wie gesagt, das ist auch eine persönliche Präferenz. Im Iran kannst du übrigens vielleicht bald investieren, wenn das Atomabkommen abgeschlossen ist. Dann wird das wieder Möglichkeiten geben. Aber auch das ist im Mittleren Osten sehr kontroversiell, sage ich nur so viel. Bei Corona war jedes Leben Gold. Plötzlich feiern wir einen Komiker, Helden, der Held spielt und tausende Tote. Aber wie gesagt, die Situation ist extrem verabscheuenswert und traurig. Und wie gesagt, es wäre sehr wünschenswert, wenn man am Verhandlungstisch kommen würde. Ich glaube, Putin hat hier sicherlich für das gesamte Land einen gewaltigen Fehler gemacht und auch eine gewaltige Grausamkeit ausgelöst. Aber auch der Westen hätte sicherlich vielleicht vorher versuchen können, noch eine Verhandlung zu führen. Weil das, was jetzt passiert ist, ohne Worte, grausam, kriminell, schlimm. Und es verändert die Welt in einer Art, die nicht gut ist. Weil auch die Dinge, die uns bleiben werden, selbst wenn eine Einigung gefunden wird, von höheren Nahrungsmittelpreisen bis hin zu genereller Akzeptanz von militärischen Konflikten, bis hin zu überall Investitionen in Waffen, bis hin zu durchaus einer durch den Krieg hervorgerufenen Feindschaft zwischen Ukrainer und Russen teilweise und auch vielleicht zwischen Westen und Russen und so weiter, das lässt sich zwar befrieden und hoffentlich wird es befriedet, aber siehe Balkan, das heißt noch nicht, dass der Konflikt vorbei ist. Und die Schäden, die bereits getan wurden in diesen Bereichen, genauso wie die physischen Schäden der Ukraine, die Menschenleben, die der Krieg auf allen Seiten gefordert hat, von unschuldigen Zivilisten, aber auch von unschuldigen Soldaten, die praktisch da hineingezogen wurden, ist nur, ich meine, abgrundtief, abscheulich. Also, wenn man hätte so etwas verhindern können, ich glaube, wie immer, man hätte vorher auch mehr sprechen müssen. Und das haben alle Beteiligten leider nicht getan. Und ich hoffe, dass man die Menschen davon lernt. Aber leider merkt man derzeit wenig davon. Ja. Und das ist sehr, sehr traurig. Auf jeden Fall, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ich hoffe, ich konnte euch eine Vielzahl von Fragen mal wieder beantworten, die euch am Herzen liegen. Es werden zuvulente Zeiten bleiben. Der Markt wird volatil bleiben und sich vermutlich je nach Kriegsgeschehen und Verhandlungsführung und Ähnliches entwickeln. Da das sehr volatil ist, kann es auch gröbere Drawdowns geben, aber auch gröbere Boomphasen. Also, wenn jetzt plötzlich steht, kurz vor der Einigung, hast du einen riesen Abtick am Markt. Wenn jetzt plötzlich steht, Eskalation, Putin droht mit Atomwaffen auf NATO, dann hast du vermutlich minus 15 Prozent oder Atomkraftwerke wird attackiert. Also, es ist in beide Richtungen viel möglich. Und dann muss man nicht beobachten, weil da ergeben sich auch viele Chancen. Aber ich würde nicht in Rüstungsaktien investieren. Das ist wirklich verabscheuenswert, was Rüstung und was jetzt gemacht wird. Ich glaube, die Menschheit hat genügend andere Dinge, wo man das Geld investieren muss, aber sicher nicht in Waffen und Panzer und Drohnen und Dinge, die was zerstören. Das ist wirklich verabscheuenswert zum Quadrat. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. All the best. Das ist wirklich verabscheuenswert zum Quadrat. Das ist wirklich verabscheuenswert zum Quadrat. Bis zum nächsten Mal.